leute also ganz ehrlich ja also die frage ist ja auch noch mal was es zu mir für alternativen geben soll ergeben soll ja also ich meine was wer soll alternativen machen und vor allem auch wie ja also es ist doch logisch ja dass ich völlig authentisch bin ja andere leute hier wie die auf instagram oder facebook unterwegs sind ja die da kannst du die authentizität ja mal suchen ja also das gibt es gar nicht und ganz ehrlich die haben da ihre studios machen das professionell dann zu 23 leuten das ist für mich überhaupt nicht authentisch ja ich bin real ich bin echt hier ja ich schmink mich nicht bin ganz natürlich ja ich brauche kein make up kein make up artist oder sowas ja meine haare schneide ich selber ich bin 100 prozent self-made ja und nicht nur irgendwie 80 prozent oder 50 prozent ja und meine authentizität ja die ist einfach in perfektion vorhanden somit ja das ist mal ganz sicher und nur so jemand wie ich kann doch ernsthaft was mit arno dübel machen oder mit überhaupt den arno dübel medien markenrechten wer soll sonst offizieller arno dübel boss sein halt gibt es keinen anderen es gibt keine andere möglichkeit ich bin 100 prozent authentisch real und oder real hier für für echte deutsche und das ist doch ordentlich ja also ganz ehrlich sucht euch mal sowas und fragt euch mal selber wer es sonst machen soll ich bin offizieller arno dübel boss markus wenzel king of hass könig der hasser und gehassten hier gerade unterwegs auf dem grundstück in purer voll sonne ja es ist wirklich traumhaftes wetter und ganz ordentlich noch mal es kann kein anderer machen alles gute gibt gas immer alles geben markus wenzel mw gruppe arno dübel boss